Wir stehen vor der Tür wieder bei Digital Turn, der Tag, der die MOOCs bearbeitet. Und wir haben den nächsten Referenten vor uns, das ist Michael, Michael Kopp. Und Michael hat sich die Frage gestellt und wird sie gleich auf dem Podium beantworten, gibt es so etwas wie europäische MOOC-Strategien? Was hast du bei der Suche danach herausgefunden? Ja, leider Gottes ist es so, dass es zumindest meines Wissens nach derzeit kaum bis gar keine europäischen MOOC-Strategien gibt. Das hat einerseits damit zu tun, dass die MOOCs nach wie vor ein neues Medium sind, neue Bildungsformen sind, die noch sehr stark im Experimentierstadium verhaftet sind. Andererseits aber auch damit zu tun hat, dass es eine ganze Menge von Rahmenbedingungen gibt, die erstmal erfüllt werden müssen, damit dann eine MOOC-Strategie entstehen kann. Dazu kommt allerdings auch noch, dass MOOC-Strategien ja eigentlich relativ weit unten angesiedelt sein müssten, in der Strategie-Hierarchie sozusagen. Weil wenn ich sie einblenden wollte, dann müsste ich darüber mal eine E-Learning-Strategie legen und darüber dann noch eine Bildungsstrategie für die jeweilige Hochschule. Und die Frage ist, ob es die beiden darüberliegenden Strategien überhaupt gibt. Herausforderungen gibt es hingegen eine ganze Menge, die mit MOOCs zu tun haben und dem Einsatz von MOOCs zu tun haben auf unterschiedlicher Ebene. Ich sehe mal so ein paar wesentliche auf. Zum einen hinsichtlich der Lehrenden ist es doch mal so, dass Lehrende überhaupt keine Verpflichtung haben, mit digitalen Medien zu unterrichten. Sie haben auch keine Verpflichtung, Online-Kurse zu organisieren und abzuhalten. Gleichzeitig ist die Motivation von ihnen auch nicht sehr hoch. Ganz einfach aus dem Grund heraus, weil diese Leistungen meistens nicht remuneriert werden. Das heißt, sie bekommen kein extra Geld dazu und oftmals ist es auch so, dass viele Kolleginnen und Kollegen fragen, warum machen sie denn das überhaupt? Seitens der Studierenden ist einfach die Frage zu klären, die sich die Studierenden immer fragen, nämlich wie viele ECWS-Punkte bekomme ich denn, wenn ich so ein MOOC mache? Das ist die Frage der Anrechenbarkeit. Zunächst mal an der eigenen Hochschule, aber auch dahingehend, dass andere Hochschulen, die Drittanbieter MOOCs verwenden, ja auch diese Anrechenbarkeit klären müssen, die überhaupt noch nicht geklärt ist. Naja, und seitens der Hochschule im Allgemeinen ist halt nach wie vor die Frage, brauche ich eine eigene Plattform? Was kostet mich die? Welche Verträge muss ich abschließen, wenn ich einen kommerziellen Anbieter werde? Was muss ich tun, um überhaupt MOOCs anbieten zu können? Und dann noch die große Frage, für wen mache ich die denn überhaupt? Nämlich einerseits für eine breite Öffentlichkeit oder andererseits für die Studierenden oder für beide? Und diese Fragen zu beantworten, sind glaube ich ganz wesentlich, um dann letztendlich zu einer Strategie zu kommen für die einzelnen Hochschulen, dann für die Länder im Allgemeinen und dann erst können wir über eine europäische MOOC-Strategie sprechen. Wunderbar, in zweieinhalb Minuten das, was du jetzt gleich auf der Bühne nochmal ausführlich erzählen kannst. Wir empfehlen also den Livestream Digiturn, heißt der Hashtag, über den man es finden kann. Ich schwenke zum Abschluss auf die europäische Fahne, die ist schon mal da. Danke für den Vortrag und jetzt nochmal in Länge auf die Bühne. Du musst los, alles Gute da. Tschüss.